Hallöchen ihr Lieben! Einen wunderschönen guten Tag! Wir sind gerade im Plakias und das Tatsache nicht im Winter oder so. Aber es ist heute echt mega bewölkt. Sieht ein bisschen aus wie an der Ostsee oder der Hochsee. Es ist gerade Ebbe im Plakias. Ihr seht wirklich, der Strand ist ein bisschen anders, wie ihr das vielleicht kennt. Genau, sie haben in Plakias aber diesen Winter die Strandpromenade einmal komplett neu gemacht. Und also sehr interessant. Ihr könnt euch jetzt einfach mal euer eigenes Bild bilden. Mensch, also schön! Wir nehmen euch mal mit auf den Rundgang durch die Strandpromenade. Durch? Über? Entlang? Auf? Naja! Ja, wirst du schon was machen? Viel Spaß! Kommt mit, ihr Lieben! Auf? Hopp! Musik 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 Vielen Dank. 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 Ja, dafür, dass wir Mitte Mai haben, ist es noch recht entspannt. Auch recht entspannt. Genau. Gute Lieben. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.